Nein. Das war ein Witz. Ich mach's doch nicht da. Ne. Wir machen's draußen an der frischen Luft. Das ist doch noch... Das ist doch noch echt. Also... Da gibt's das auch noch echt. Ich möchte nämlich jetzt eine kleine Bambus-Farm mal anlegen. Ich mach's einfach hier. Ihr könnt's ja später noch ein bisschen verschieben. Blub. Wie gesagt, Bambus-Farm, Bambus, braucht nicht viel außer Wasser. Blub, blub. Blub, 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 blub. Ach, ne. Ist ja nicht mehr... Ich... Ich... Ich hab nicht mehr Bambus. Ich hab hier Zuckerrohr. Ich... Nein. Ich muss hüsten. Ein Moment. Hört hier im Hintergrund wieder... Gut. Aber trotzdem, was ist an Zuckerrohr süß? Naja, okay. Naja. Naja, okay. Ich weiß, was an Zuckerrohr süß ist. Der Zucker. Hm. Ergibt Sinn. Uh, dann mach... Warte, 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 warte machen wir denn jetzt? Jetzt... Jetzt machen wir uns mal ein Bett. Fällt mir ganz so ein. Ich muss ja auch mal irgendwann schlafen. Wir sind jetzt auch schon lange wach. Mhm. Ja, 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 ja. Wegen langer Wach. So, wir machen's aber aus weißer Wolle. Ist das da obsidian? Ja. Und das ist schwarze Wolle. Obsidian und schwarze Wolle sehen sich sehr ähnlich. Aber vom... Aber von der Härte ist es... Es ist nicht ähnlich. Und zwar überhaupt nicht. Gut. Hier muss ich dann also noch ein bisschen höher machen. Gut. Ich meine, wie gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen schlafen. Hier machen wir uns dann... Warte. Dann nehmen wir uns jetzt mal hier, warte. Machen wir sie. Oh mein Goooooooood. Oh mein Goooooooood. Oh mein Goooooooood. Das gibt es doch wohl nicht. Wir haben nicht genug Stöcke, um sein Bild hinzuhängen. Okay. Aber... Ähm... Bum badaba. Bum badaba. Jetzt hab ich vergessen die Spitzkacke. Ja. Wow, haben wir... Äh, doch, tatsächlich. Tatsächlich, wir hatten noch eine. Das gibt's nicht. Ich wollte gerade schon wieder sarkastisch werden. Das war zu mir selber. Äh, das mach ich immer sehr gerne. So. Ja, Hubert. Du bist echt ein Freak. Wir haben so viel Spitzhacke. Eben. Ja, Spitzhacke vor allem. Spitzkacke dort. Ja, am besten ist ja höchst. Das ist alles nochmal hier. Eins. Wenn dafür meine Spitzkacke nicht reichen wird. Ja, ich weiß. Ich hab Spitzkacke gesagt. Und das mach ich gerne. Ich hab gerne Spitzkacke. Wenn die beim Scheißen wehtut. Jetzt fang ich... Irgendwie fang ich jetzt komisch an. Ich fang jetzt schon wieder ein bisschen so an, muss ich sagen, wie Gronkh. Der sich dann über solche Sachen... Redet er dann so übelst lang und auch noch so ein Schwachsinn. Ne, wie ich jetzt gerade. Nur halt, dass ich jetzt von ihm irgendwie abgeguckt hab. Beziehungsweise... Guck, viel zu viel von ihm. Bäh! Ich sollte aufhören, über ihn zu reden. Nein. Oh, oh, cool. Also... Was ist... Was für verdammte Schätze hier sind, an denen ich allen vorbeigegraben hab. Ich glaub es ja wohl nicht. Und aus ist mit der Spitzkacke. Seht ihr? Noch ein bisschen Stein einsammeln und... Und jetzt... Jetzt... Was machen wir jetzt? Jetzt zimmern wir uns... Neue Spitzkacke. Nämlich mach... Was mach ich denn? Nämlich auch was aus Stein hier wieder mal, ne? Na, voll konkret krass. Jo, man. Yo, jubi. Yo. Wir sind cool. Wir sind echte Gangsters. Wir sind Simon Dessu. Yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, wir sind die Rieseshöre. Yo, yo. Yo, yo. Wir sind Gangster. Wir... Wir können über einen hart... Hartarbeiten... Denn Let's Player können wir uns übelst ablachen, yay. Yay, yay. Und den übelst beleidigen, yay. Yay, und wir waren früher mal Abonnent von ihm, aber jetzt hat er sich zum Schlechteren geändert. Wow, yay. Yay, voll krass. Ne, die möchte ich nicht. Jo. Jo, und was ist jetzt? Jo. Jo, und was ist jetzt? Jo. Jo. Was ist jetzt? Jo. 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 Jetzt lass es mal. Komm. Jetzt, komm, gib mir ein gutes Bild. Gib mir ein gutes Bild. Gutes Bild. Ich möchte ein gutes. Und einen Moment, jo. Ja, ich habe natürlich gerade keine Fackeln. Äh, beziehungsweise. Ja, keine Fackeln. Habe ich gerade nicht. Jo, ähm. Jo, 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 jo. Jo 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 jo- Was mach ich denn da fürn scheiß? Ey wirklich, bin der schlechteste Link für Let's Player der Welt, ey. So viel Scheiß hier. Ernst habben, was ist das für ein Bild? Okay wir können jetzt hier mal die Pixel sehen. Eins, zwei, drei, vier. Zehn Stunden später. Scheiße, ich hab mich verzählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein. Und wir haben hier sogar noch kleine Bettkiste. Eine Bettkiste. Eine Bettkiste. Die stellen wir aber noch andersrum hin. Dann sieht es nämlich ein bisschen logisch aus, finde ich. Ich find, ich stell ja keine Kiste so hier hin. Oh nein, ich stell mit dem Schluss. Scheiße! So, gut. Das heißt Krieg. Mhm, das heißt Krieg. Machen wir also schnell. Zack, zack, zack. Noch eine Kiste. Und jetzt, wie gesagt, das heißt Krieg. Aha, jetzt kommt sie auch hier entlang. Oh, scheiße, ich hab ja Monster an. Ich muss mal grad mich ein bisschen heilen. Also das... Ich glaub, ja, ungefähr bis hierhin war ich. Auch wenn ich jetzt ein halbes Herz oder so mehr hab, ich weiß es nicht. Ganz genau grad. Ich könnte es abschätzen, wie in der Herzen. Ich fang hier und blab. Aber nein. Ähm. Ja, wir haben noch einen. Einen Stinkpulver hab ich grad gelesen. Wieso lese ich... Okay. Ich weiß zwar, dass das Englisch... Also, dass da Englisch steht, aber... Oder wenn ich lese Stinkpulver? Was bin ich für ein Freak? Ja, ich... Ich wusste... Woher wusste ich, dass es Nacht ist? Ich frag mich grad ernsthaft, woher ich das wusste. Creeper. Explodiert er jetzt überhaupt? Ne, tut. Tut er nicht. Das ist gut. Und stirb. Stirb nun endlich. Stirb doch! Was willst du denn? Was willst du, Mistwicht, denn von mir? Hör auf, so grün da rum zuhocken. So, na, will noch jemand? Na! Hä? Hä? Gut. Drei Knochenmehl. Das ist gut. Ich beschleunige jetzt nämlich grad mal das... Was? War noch einer? Im Loch übelst auf. So, nach dem Motto... Ja, was wollt ihr hier, ne? Ha, ha, er ist in deinem Loch gefangen. War jetzt nicht mehr. Ha, doch. Ha, ha. Ha! Mein Bambus! Ich schwöre... Im... Im Namen aller Minecraft-Spieler. Ich werde Notch einrufen. Ich werde ihnen befehlen, dass er... die Creeper aus dem Sortiment nimmt. Ich schwöre. Oder ich schwöre, ich werde Krieg führen. Ha, 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 ha. Ich werde ein neues Minecraft entwickeln, wo es keine Creeper gibt. Ha, ha, ha. Dann wird mein... Ja, genau, dann wird mein Minecraft viel öfters verkauft. Ha, ha, ha. Weil die... Ich hab gerade eine Spille gehört. Spille, 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 Spille. Spille, 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 Spille. Spille, Spille. Spille ist auf unserem Dach. Spille. Oh mein Gott, da sind zwei Spillis. Spille. 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 Oh mein Gott. Sie ist gefallen. Ob sie sich wohl ein ihrer... eins ihrer acht Beine gebrochen hat. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gut, gehen wir einfach wieder rein. Hab keinen Bock mehr. Ah. Da lugten noch gerade diese Augen hervor. Aber okay. Okay, ich denke die ganze Zeit im unteren... ...rechten Bildschirmabschnitt... ...wär eine Riesenspinne. Also zumindest die Augen. Aber das ist meine Framezahl. Da denke ich dann immer so... Ah. Scheiße. Riesenspinne. Schock. Schockmoment hoch 10. Was hab ich jetzt gemacht? Ja. Wie gesagt. Da dachte ich eben ernsthaft. Da steht Stinkpulver. Bei dem Sprengpulver. Und ich denke es immer noch. Und wir werden es... Oh, ich hab sogar noch einen einmal. Und wir werden es... Sie müssen jetzt gerade eigentlich meine Hand sehen. Das... Dann wäre das viel dramatischer. Aber nein. Ich werde da jetzt nichts dazwischen packen. Wo er meine Hand seht oder so. Joa. Ähm. Toll. Ja. Jetzt hab ich alles rausgeholt aus meinen Taschen. Und jetzt gehen wir raus. Ich hab Lust zu sterben. Sterben wir. Bringen wir uns um. Bringen wir uns um. Bringen wir uns um. Klettern wir hier einfach mal hoch. Dann passiert uns auch nichts. Nein. Auf dem Dach kann uns nichts mehr passieren. Da ist ja nur eine Spinne. Und die Spinne... Oh, oh, oh mein Gott. Es sind zwei. Na toll. Haha. Genau. Komm. Schweb die da über mir. Was soll der Mist denn? Hör auf zu klettern. Du bist eine Spinne. Spinnen können nur klettern. Mehr nicht. Auf jeden Fall ergreiften Spinnen nicht an. Okay. Jetzt muss man immer so aufpassen, dass die nicht von oben runterfallen. Wie geil das aus ist da. Wie die sich so langsam da um die Ecke geschoben hat. Die Spinne und ich wieder rein. Ich stelle mir das gerade irgendwie... Also wenn... Wenn... Wenn da jetzt noch so ein Zuschauer wäre, der hätte jetzt bestimmt irgendwie geschrieben. LOL. Apropos Zuschauer. Ich hoffe, ihr guckt immer noch weiter. Das wird sowieso mal wieder eine kleine Staffel. Eine Mini-Staffel so gesehen. Weil ich nämlich keine längere gerade aufnehmen will. Ola? Ola? Ist hier jemand? Ola! Was ist das? Ula? Hör auf! ACH! SUICIDE! Achja! Oh, Sama, warum heuerst du jetzt auch Spinnen an? Das gibt's ja wohl nicht. Na, okay. Lassen wir diese Flachwitzen... Lassen wir die Flachwitze sein und... Und machen ein Wallcrew für Minecraft. Nee, das mein' ich jetzt ernst. Goodbye. Nein, als ob. Ich bin jetzt Player, nicht Let's Wallcrew. Nennt man das so? Let's Wall... Oh, nein. Oh, eine Spinne. Oh, verdammt, ein Skelett. Das ist zu dünn. Noch ein Treffer und ich bin tot. Ich bin tot. Genau, lasst mir den Creeper einfach mal im Wasser explodieren. Und er ist explodiert, nur so zur Info. Ich glaube nicht, dass der Game-Sound laut genug ist, dass man den jetzt die ganze Zeit so nur ganz gedämmt hört. Hey, 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 du, du Creeper, du. Du, du, du grünes Mistviech, du. Oh, nein. Oh, 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 oh. Ach, das ist wieder Geheim. Oh, die Zähneplin sich mir vermutlich in meinem... In irgendeinem Special oder so mal reinpacken, wo ich... wie ich von dem von dem Creeper von hier oh cool einfach von von hier ja bis nach da flieger um dann zu sterben mit einem also von dem Skelett das ist so geil ha burn baby burn burn baby burn let's go on fire falsch gesprungen